Malzkaffee ist eine fabelhafte Alternative zu herkömmlichen Kaffee. Obendrein bietet er auch eine Reihe an gesundheitlichen Vorteilen, ist schnell zubereitet und für alle Altersgruppen geeignet. Malzkaffee ist, wie auch Qi-Kaffee, ein Ersatzprodukt gegenüber Kaffee, der aus Kaffeebohnen hergestellt wird. Malzkaffee besteht aus gemälzter Gerste und erinnert an normalen Bohnenkaffee. Da allerdings im Malzkaffee weniger Bitterstoffe enthalten sind, wird er meistens als bekömmlicher empfunden. Malzkaffee ist auch unter dem Begriff Gerstenkaffee bekannt. Doch vielleicht kennst du ihn auch als Muckefac oder als Mokafo. Diese Bezeichnung kommt aus dem Französischen und bedeutet falscher Kaffee. Allerdings steht dieser Begriff stellvertretend für alle Kaffees, die nicht aus Kaffeebohnen hergestellt werden. Herkömmlicher Getreidekaffee besteht meist aus einer Mischung mehrerer Getreidearten. Malzkaffee hingegen besteht nur aus einer Getreideart, nämlich aus Gerste. Für die Herstellung wird diese vorerst gemälzt. Das bedeutet, die Gerste wird in Wasser eingelegt und so zum Keimen gebracht. Dabei entsteht Malzzucker. Durch die Dauer der Keimung wird der Geschmack und die Süße des fertigen Kaffees bestimmt. Nach der Keimung wird die Gerste getrocknet. Danach wird die trockene Gerste schonend und langsam geröstet. Beim Röstvorgang karamellisiert der Malzzucker, welcher eine süße Note beim Trinken gibt. Malz- und Getreidekaffee waren lange Zeit nur Ersatzgetränke, um den Mangel an Bohnenkaffee auszugleichen. Dabei war es wichtig, die Grundzutat regional anbauen und das Getränk einfach herstellen zu können. Am Ende des Aitin, Jahrhunderts, wurde durch das preußische Kaffeemonopol von Friedrich des Großen Bohnenkaffee zum seltenen und teuren Luxusartikel. Ab dem Jahr Aitin-06 war Napoleons Kontinentalsperre der Grund dafür, dass es fast keine Kaffeebohnen in Europa gab. In der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs herrschte Knappheit an Kaffeebohnen in Europa. Ein deutliches Ansteigen der Preise für den Kaffeehandel wurde Mitte der 1.970 eher Jahre verzeichnet. Die DDR rutschte in die Kaffeekrise. Sie konnte nicht mehr die nötigen Mengen an Kaffee importieren, um die Versorgung der Bevölkerung mit Kaffee sicherzustellen. Malzkaffee beweist Geschmack. Die Alternative schmeckt naturrein und intensiv nach Malz. Durch die schonende und lange Röstung entfalten sich die Aromen. Der Geschmack kann durch unterschiedliche Trocknungsdauer und durch die unterschiedliche Temperatur BAE der Röstung auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Doch weil Malzkaffee keine Gerb- und Bitterstoffe enthält, schmeckt er milder als herkömmlicher Kaffee. Der karamellisierte Malzzucker bringt außerdem eine gewisse Süße hervor. Weil ein Malzkaffee süß bekömmlich ist.